Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von GTA 5 Oder ehrlich gesagt, Grand Trav After Five Ja, das sind jetzt erstmal nur kleine Testvideos Ich kenn das Spiel schon, ich hab's schon gespielt Ich stoppe mich noch nicht durch, aber ich fang nicht von vorne an Es ist so schwer gewesen, das ist wirklich super erstmal Aber hoffentlich wird's doch interessant Jetzt könnt ihr mir alles in den Kommentaren schreiben, ob ich weiter machen soll Ob die Folge länger werden soll, als 10 Minuten Ja, das werden wir dann alles sehen, ne? Jetzt kommt vielleicht jeden zweiten Tag ne Folge raus Und lade ich ne Folge hoch Weil ich schaffe Läuft doch eigentlich ganz flüssig Äh Natürlich So, was soll er hin? Ihr seht, ich hab schon gespielt Nicht viel, aber Dann gehen wir mal da hin nein Verleit' ich eine zu mir rauszuschließen, recht? Verleit' ich eine zu mir rauszuschließen, recht? Was ist das? ...report a vehicle explosion in, uh, Wab-Strain, please. Das war's. Quick! You only have yourself to blame. Open your fucking eyes. Ich bin ein Ding zu fahren, das ist aber nicht die beste Art. Das ist auch ein Ding zu hören. Der Daumen ist das so gefaut, dass wir ein Auge angerufen haben können. Das ist so, dass wir auch mal die implants haben. Meinen Augenbelang ist los. Nee, ich hab's am Spielen gespürt. Ich hab mich nicht mit'n Bogen. In der Nähe stehen zu einer Lesse sterben, ich hab' in der Aufnahme, aber ich riefe schon da ande Baby, da ist es einfach, ich hab' nicht mehr Arbeit'ung flogen, das kann ich dann so eine Warte. Es rief doch immer so ein Flüssig, was hier los ist. Wenn du jetzt abstürst. Shit, shit, shit! Ich weiß eh, ich läuft es gerade ab. Ich muss echt nicht so aus. Wenn ihr euch das gute Lerf anschreibt, dann schreibt es mir in die Kommentare oder was auch beschneidt. Und dann echt Lerf, das kann ich sagen. Ich schreit die Pfeil. Ich schreit die Pfeil. Ich schreit die Pfeil. Ich schreit die Pfeil. Fyto. Das ist uns. Chef, wir sind gerade nach dem Kuchen. Ihr könnt nicht hier schnell genug kommen. Die Azteckern kommen und denken, dass du aus Ortega auslattest. Sie sind falsch. Sie sind falsch. Geht hier runter und weg sie auch. Ist das sicher dein Böse nicht dieses Krang für seine eigene Konsumierung? Nein, nein. Herr Chang, sehr spezifisch. Er will eine gute und verwendete Methamphetamine. Wir kaufen von dir hier und verbrechen durch die Netzwerke verbunden. Ich schreit das, was unsere Operation geht. Wir sind Teil der Slow Meth Movement. Bioregional. Lokomores nur. Herr Chang Sr. hat viel Geld. Ich würde nicht sein, der erste Mann zu schreit die Moral aus der Winde für ein Paycheck. Scheiße, Trevor. Wir haben noch lange. Oh, 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 oh. Manners, Chef. Diese sind unsere Guests, okay? Wir haben Herr Chang und sein Humble Servant. Ich schreit das. Ich schreit das. Für alle Mutes sauren, ich schreit das, was er macht.